Hallo, ich glaub, du hast selber ein Problem, dass wir zu dir ruhig einbestehen. Weil wenn du glaubst, es ist alles so toll, dann nehm ich dich sicher nicht für voll. Hallo, ich hab gehört, du gehst immer in den zweiten, von mir können wir uns gerne mal begleiten. Weil du gehst dort jeden Tag zum Psychiater und ich geh dort jeden Tag in den Kater. Wir gehen jeden Tag zum Psychiater und wir gehen jeden Tag in den Kater. Weil wir echt ein Freundes sind, ist das alles so schlimm. Und wir gehen jeden Tag zum Psychiater und wir gehen jeden Tag in den Kater. Weil wir echt ein Freundes sind, ist das alles so schlimm.